Helli 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 Hey wie vor dem Mittwoch 10 August 2011 schönen Abend ich bin wieder zu Hause zu Hause zu Hause bei meinem Mö immer schönes Internet hier und ganz 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 toll um um ich bin wieder hier ich kann wieder ganz normal hochladen immer schön schnell Buh ja um ja das heißt ich kann jetzt ganz gewohnt ich mache es immer noch ganz gewohnt weiter wie vorher nur lasst euch dann nur mal sagen oder ich möchte guckt euch mal das video eure fragen für mein faq was ich jetzt auch unten in der beschreibung habe drin an und oder lest einfach nur die schreibe auf jeden fall würde ich mich freuen wenn ihr eure fragen gestellt und noch besser ist es wenn ihr die selbst wenn jetzt noch selbst wenn ihr es getan hat ist noch mal zu machen denn ich habe mir gedacht ach komm brauchst du nicht aufschreiben machst du einfach in deinem post hier lässt einfach in einem posteingang und dann irgendwann dann löst du dir alle nacheinander vor und hast alles doch so schön und er ist mir und ich mich verzeihe habe ich ausgesehen alle nachrichten gelöscht und die fragen sind weg aber auf jeden fall lest die beschreibung denn sonst ist es sehr wahrscheinlich so 50 prozent dass eure fragen wahrscheinlich nicht ankommen mehr wollte ich nicht sagen ja schöne und faq